Jetzt kommt wieder ohne mich, aber für die Tür. Ist das auch lieber? Ich hab bloß ganz normal in meinem Tür. Ich hab mir jetzt mal gepackt vor. Ich war... Ah gut, das war nicht der Tank. Ich dachte, das war nicht der Tank. Ich hab das auch inzwischen gespürt. Ich hab mir alles aus. Tür ist schon fast gehümmelig kurz. Das ist immer ein schlechtes Zeug. Liegt da nicht meistens. Wenn du das gebossst, dann nur noch gekriegt. Ich will wiederbeleben, ob ich keine zu level. Ich müsste nachher gehen. Das ist immer ein bisschen unglücklich da. Weil man hat so destruktiv eine Zauberung. So. Man muss natürlich immer hinrennen. So. Bei einem... Shooter oder so. Muss man halt zu demjenigen hinrennen. Und den halt so zurückgehen. Und da fährt mal jetzt weiter rein. Mit dem Zack. Und dann kann man mit dem Zack. Und dann kann ich nur noch mal die Tanken tun. Also... Denn ich muss mich einfach einfach mit dem Stukern Maß. Das heißt, dann pelt sich. Und hier laufen. Wenn ich da nicht hinzugehen und den Tank überbegibt als Leider dann ist das nicht genau der Fall. Oh hier probiert mich sogar zuerst. So, so. 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 Ich habe eben mehr von Level-Depassierenden-Range, da ich noch mal rein. Ich habe das mit Konten zu öffnen, weil ich das ganze Video auf YouTube sehe. Und dann zeige ich dir natürlich noch ein bisschen mehr als immer wieder. Jetzt kommt die Laufsteckung zurück. Also ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Jetzt sind die Gäste. Oh, ich bin dran. Ich erinnere mich ein bisschen so an Blutgard oder so. Doch, doch, wo Blutgard ist ruhig aus. Oder hier Wings, da rutscht die Fahne. Ich hab' mir gedacht, dass das alles ist. Wir reden, tut mir gut. Ich denke, das ist jetzt ein Verneuerung. Ich denke, das ist ein Verneuerung. Hier sind wir nicht einfach. Wir tun uns nicht so was. Ja, das ist gut. Da ist er Nice Auf Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er denn hier? Ich kann doch nicht raus Da bitte Los geht's Er war Vielen Dank. 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 Okay. 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 Oh 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 Du machst den Wahlstuhl für uns, das geht nicht. Wunderbar. 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 Jetzt halten wir. Jetzt. Jetzt haben wir alles. Jetzt ist es da. Wunderbar. Hörst du Orcs? Sehr schön. Der. 250 Orcs. Die. Und da die Eichmann ein und lief daran kapitel. Ich muss becheckt, dass er die Proops wieder kommt. Das ist der Weg. Ja sooo, aus. Was ist da? Ne? Tun? Na, gut. Das Elektriere sind nur... Was ist alles? Die Feuerstrahlen, ja. Das Wichtigste. Ja, die Gefährtenaufwertung... Brauche ich nicht mehr. Aber auch Reintieraufwertung. Die Zebrafugkisten... Gar nichts. Ich habe diese 2... Saft gut gefunden. Die Zebrafugkisten... Und... Offensichtlich nicht die Auswertung. Fast 10k Damage. Das ist gut. Fast 30k Gehalt. Sehr schön so muss sein. Achso, genau. Wir wollten hier mal gucken. Ob er auf einem random Luke befinden kann. Ich zeige. Hup, hup, hup. Die Vorschau. Ja. Haben sie sehen lassen. Haken die Produktion. Und... Sieht auch schlecht aus, ne? Kamerabe. Klapplein reinmachen. Au. Klapplein reinmachen. Kann die uns anders das hier von bringen? Ja, verdanken. Ah, die kann man verschicken. Alles klar. Guck. Klapplein reinmachen. Klapplein reinmachen. Abwag. Klapplein reinhunt. Vielen Dank.